Peter Onneken ist ein deutscher investigativer Wirtschaftsjournalist und Filmemacher. Leben Onneken studierte ab 1994 Politikwissenschaften und Soziologie an der Universität Frankfurt am Main, der Universität Leicester und der Universität Lund. Er absolvierte ein Volontariat beim Hessischen Rundfunk. Von 2000 bis 2001 arbeitete er für Bloomberg TV in London und Frankfurt am Main. Seitdem ist er als freier Fernsehjournalist tätig. 2007 absolvierte er eine Auslandsstation bei CNN in Atlanta und New York City. Von 2008 bis 2012 war er Chef vom Dienst beim Wirtschaftsmagazin M-Euro-X des Hessischen Rundfunks. Derzeit arbeitet er für die ARD Fernsehmagazine Monitor und Plusminus. Auszeichnungen 2006 deutsch-polnischer Journalistenpreis für 25 Tage in Europa. 2007 Artur F. Burns Fellowship. 2013 Friedrich Vogel Preis für Wirtschaftsjournalismus für ausgeliefert. Leiharbeiter bei Amazon. 2013 Helmut Schmidt Journalistenpreis für ausgeliefert. Leiharbeiter bei Amazon. 2014 Deutscher Kiewes Fernsehpreis für ausgeliefert. Leiharbeiter bei Amazon. Filmografie. 2006 zu 25 Tage in Europa. 2013 ausgeliefert. Leiharbeiter bei Amazon. Leiharbeiter bei Amazon.